Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum des Weltnaturerbe Wattenmeer. Das Weltnaturerbe ist zum einen eine Anerkennung der Besonderheiten dieses Lebensraumes. Es muss uns aber auch eine ständige Mahnung und Aufforderung sein, diesen Lebensraum, den wir nur von unseren Enkeln geerbt haben, für die künftigen Generationen zu bewahren. Über mehr als 100 Jahre hat die Menschheit unter Ausnutzung von Energien, die über Jahrtausende und Jahrmillionen auf der Erde angesammelt wurden, begonnen, massiv in die Ökosysteme dieser Welt einzugreifen. Es muss unsere Aufgabe sein, zum Erhalt der Biodiversität und zum Abwenden einer Klimakatastrophe neue Ansätze zu denken und zum Handeln zu finden, um künftigen Generationen das Leben auf dem Planeten zu ermöglichen.